Ciao, ich bin Karoline. Ich bin hier mit Francesca auf einer Sprachreise in Venezien. Es ist meine zweite Sprachreise mit Francesca und es gefällt mir sehr gut. Wir haben viel unternommen, viel angeschaut. Es ist eine tolle Mischung aus Vermittlung der italienischen Sprache und italienischer Lebensart. Wir haben gute Weine getrunken und es hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, es hat mich auch weitergebracht in der italienischen Sprache. Und ich werde es sicher mal wieder machen. Vielen Dank!